Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich in Word verschiedene Seitenzahlen, wie hier zum Beispiel im Inhaltsverzeichnis römische Zahlen und anschließend im Fließtext mit arabischen Nummerierungen weitermachen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Vor mir habe ich in Word mal eine Projektarbeit geöffnet, wo ich ein Deckblatt hier vorne habe, wo keine Seitenzahl stehen soll, ein Inhaltsverzeichnis, was sich über zwei Seiten erstreckt mit römischen Zahlen hier unten und anschließend noch drei weitere Seiten Fließtext, wo das Ganze wieder in arabischen Zahlen weiter gegliedert werden soll. Zuerst sollten wir unbedingt hier oben mal auf Start gehen, anschließend zum Absatz rüberschauen und alle Anzeigen dieses Symbol aktivieren. Dadurch kann ich jetzt nämlich meine Formatierungen hier im Word-Dokument viel besser erkennen. Als nächstes klicke ich bei meiner Seite 1, also wo das Deckblatt ist, einmal hier unten rein und jetzt kann ich hier oben nämlich auf Layout gehen, anschließend hier drüben bei Umbrüche einmal draufklicken und dann bei Abschnittsumbrüche einfach nächste Seite draufklicken. Dadurch wird jetzt nämlich hier schon automatisch ein Abschnittswechsel eingefügt. Hier wurde noch ein kleiner Absatz eingefügt, den ich jetzt einfach mit der Entfernen-Taste auf meiner Tastatur wieder zurücksetze. Dank diesem Abschnittswechsel hier unten versteht Word jetzt nämlich, dass meine Seite 1 eine andere Formatierung haben wird, als wie die Seiten, die wo danach noch alle kommen. Und dasselbe Spiel muss ich jetzt auch nach meinem Inhaltsverzeichnis machen. Deswegen klicke ich auch wieder hier unten einfach rein, danach wieder bei Layout, Umbrüche, Abschnittsumbrüche und nächste Seite. Jetzt habe ich auch hier einen Abschnittswechsel drin und auch diesen Absatz tue ich wieder mit der Entfernen-Taste einfach wegmachen. Wenn wir das haben, gehe ich mit meiner Maus mal bei Seite 2 hier unten rein und mache einen Doppelklick mit der Maus. Dadurch öffnet sich auch schon automatisch meine Fußzeile. Wir können auch nochmal sehen, hier Abschnitt 1 von der Fußzeile, Abschnitt 2, auch Abschnitt 2 und hier unten dann Abschnitt 3, so wie es auch sein sollte. Jetzt möchte ich aber erstmal meine Seitenzahlen einfügen, deswegen hier unten in die Fußzeile reinklicken, dann hier oben links bei Seitenzahl draufgehen, Seitenende, da das Ganze in der Fußzeile und nicht in der Kopfzeile stattfindet und hier nach Belieben einfach mal eine Zahl auswählen. Ich nehme jetzt diese hier, schon kannst du sehen, dass hier meine Seitenzahlen ordnungsgemäß eingefügt werden. Nur das Problem ist wirklich, dass hier bei meinem Deckblatt Seite 1 noch dort steht, was wir nicht haben möchten. Das liegt daran, da meine Abschnitte 1 und 2 noch miteinander verknüpft sind. Das kannst du hier erkennen wie vorherige. Um das jetzt wegzumachen, gehe ich einfach mal hier oben rein mit vorheriger verknüpfen und wenn ich hier draufklicke, dann wird die Verknüpfung automatisch aufgehoben. Ab und zu ist bei der Navigation hier oben übrigens auch nur das Symbol zu sehen. Hier muss man dann etwas schauen. Der Text wie vorherige ist hier verschwunden, weswegen ich jetzt einfach mal auf meine Seite 1 auf mein Deckblatt gehen kann. Ich klicke hier unten in die Fußzeile rein und jetzt lösche ich einfach mal diese Seitenzahlen hier unten und du kannst sehen, bei meiner Seite 2 ändert sich die Seitenzahl nicht und somit haben wir auch schon beim Deckblatt die Seitenzahl entfernt. Bei meiner Inhaltsverzeichnisseite 1 habe ich jetzt hier unten noch die Seitenzahl 2. Diese möchte ich auf jeden Fall auf eine 1 abändern und vor allem soll es natürlich auch eine römische Zahl sein. Deswegen markiere ich jetzt mal hier unten meine Seitenzahl, mache einen Rechtsklick mit der Maus drauf, gehe auf Seitenzahlen formatieren und anschließend hier oben bei Zahlenformat einmal noch drauf. Jetzt, wenn ich etwas nach unten scroll, kann ich auch schon sehen, dass hier unten meine römischen Zahlen sind. Diese wähle ich mal aus und dann muss ich hier in den Seitennummerierungen noch hier bei dem Kästchen beginnen bei draufklicken und wir können sehen, dass ab sofort die Seitenzahl bei der römischen 1 auch beginnt. Das Ganze bestätige ich noch mit OK und du kannst sehen, dass hier meine römische 1 ist, hier meine römische 2 und wenn ich hier unten einmal reinschaue, fängt es auch mit den arabischen Zeichen bzw. Zahlen weiter an. Um es besser zu erkennen, habe ich die Seitenzahl mal hier noch etwas größer gemacht und mein einziges Problem, was hier jetzt noch fehlt, ist einfach, dass hier bei meinem Fließtext die Seitenzahl mit 3 beginnt und hier soll es natürlich mit der 1 beginnen. Deswegen, so ähnlich wie gerade eben, ich klicke hier einfach mal in meinen Abschnitt 3 rein. Zuerst muss ich hier oben bei der Navigation mit vorheriger verknüpfen wieder wegmachen. Jetzt sind die Abschnitte vom Abschnitt 2 getrennt. Danach tue ich meine Seitenzahl hier unten markieren, mache einen Rechtsklick drauf, gehe auf Seitenzahlen formatieren. Die Zahlenformate passen dieses Mal ja. Das Ganze ist arabisch bzw. für mich einfach die normale Seitenzahlen und jetzt muss ich bei der Seitennummerierung hier unten wieder bei Beginnen bei reingehen. Jetzt wird mir auch die Zahl 1 angezeigt. Wieder mit OK bestätigen und schon kannst du sehen, dass meine Seitenzahlen hier unten jetzt auch arabisch richtig dargestellt werden. Somit haben wir jetzt auch schon in einem Dokument römische Zahlen und vor allem auch arabische Seitenzahlen richtig mit eingefügt und mich würde jetzt einfach noch interessieren, bei was für einem Projekt bzw. welcher Arbeit du das Ganze benötigt hast. Schreibe es mir gerne einmal unter dem Video in die Kommentare. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.